Im folgenden Video soll es mal fünf Tipps fürs neue Schuljahr geben, weil in vielen Bundesländern geht ja jetzt das neue Schuljahr los, beziehungsweise in den nächsten paar Wochen geht dann auch das nächste Schuljahr in anderen Bundesländern los. Und dementsprechend möchte ich mal fünf Tipps euch mit auf den Weg geben. Wie es in der Schule, bevor ich leichter weg kann, das ist Teil eins davon. Ich sage mal, bei 20 Aufrufen gibt es den nächsten Teil der Serie. Zwar Tipp Nummer eins, ganz einfach, macht Hausaufgaben. Macht sie einfach, tut sie einfach, weil bei Hausaufgaben da wiederholt man nochmal den Unterrichtsstoff. Hausaufgaben helfen dabei, den Unterrichtsstoff besser zu verstehen. Deshalb, mein Tipp Nummer eins, macht Hausaufgaben. So. Mein Tipp Nummer zwei, meldet euch im Unterricht. Einfach melden. Einfach raus. Ähm, seid einfach, seid einfach aktiv im Unterricht. Und wenn ihr manchmal nicht zu einem Thema noch nicht so verstanden habt oder nicht so wisst, einfach melden. Zwar geht manchmal auch so ein bisschen Quantität vor Qualität. Einfach, einfach immer alles zum Unterricht beitragen, was ihr beitragen könnt. Tragt einfach bei, ähm, was ihr könnt. Tragt einfach bei, meldet euch, meldet euch, meldet euch, meldet euch. Labert, labert, labert. Damit kann man in der Schule schon viel erreichen. So. Das war der zweite Tipp. Mein dritter Tipp ist, ganz einfach, wenn man etwas in der Schule nicht versteht, nachfragen. Fragt den Lehrer. Fragt eure Eltern. Fragt Mitschüler. Egal, Hauptsache. Fragt YouTube. Auf jeden Fall, wenn ihr den Unterrichtsstoff nicht versteht, nehmt euch Zeit und fragt nach. Weil, wenn ihr nachfragt, dann versteht ihr das auch besser, den Stoff. Weil, oder, ähm, Tipp, schaut euch irgendwelche Lernvideos auf YouTube an. Manchmal wird es sich, ähm, wird das ja dort gut erklärt. Und deshalb, auch ein Tipp sind halt ganz klar diese YouTube, ähm, Videos, die dabei helfen können. Aber Punkt 1 ist halt das Wichtigste. Einfach, wenn man das nicht versteht, beim Lehrer nachfragen. Tipp Nummer 4. Stört nicht im Unterricht. Damit meine ich jetzt beispielsweise, schmeißt keine Papierkugeln durch die Gegend oder, äh, lauft in der Klasse rum. Sowas meine ich damit. Einfach das unterlassen. Das bringt zwar jetzt nicht unbedingt, ähm, bessere Zensur. Aber es bringt echt einen guten Eindruck bei den Lehrern, wenn man sich im Unterricht vernünftig benimmt. Und man sorgt dafür, dass das Arbeitsklima in der Klasse ein gutes wird. Ähm, und der fünfte Tipp. Ganz einfach. Lernt. Einfach hinsetzen, lern, schauen, die Unterlagen durchschauen, schauen. Ah, das habe ich im Unterricht gemacht. Ähm, so ist das. Da kann man auch wieder auf meinen Punkt 3 zurückkommen. Und zwar, wenn man auch noch nicht was versteht, einfach nachfragen. Und dann einfach lernen, schauen, was man ist. Und dann, und dann kommen die guten, ähm, Zensuren schon ganz von alleine. Wenn man richtig ordentlich lernt. Und dann auch nochmal Punkt 3 berücksichtigt mit Nachfragen. Ja, ähm, das waren mal meine 5 Tipps fürs neue Schuljahr. Wie gesagt, bei 20 aufrufen gibt es den nächsten Teil. Ähm, schreibt mal, äh, scannt in die Kommentare, ob die Tipps hilfreich waren. Oder ob ihr andere Sachen habt. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann gibt es auch dementsprechend einen zweiten Teil. Bis zu einem neuen Video. Tschüss. Tschüss.